oh hier ist jetzt so die map kenne ich auch mal hier ist jetzt aber zu kann nur noch hier durchgehen und hier ist breiter geworden sie geändert ok ich wollte auch mal den spike würde ich sagen also mal wenn wir gehen ich smoker das ding weg und dann können wir darauf gehen hallo das einfach rausgesteppt und du mich da merken dass er übrigens immer noch da fand es jetzt da nicht den geilsten call oder was also versteht sich da die klappe gibt es noch okay die toilette runtergeflasht marvin stirbt noch also das war jetzt antiklimaktisch muss ich mal ganz ehrlich sagen marvin schuld wir sind bereit okay wie kann man denn durch den da call weil habe ich geguckt und da war nix also ich wusste auch nicht wo kann ich ping muss man sich rauflegen das nicht standardmäßig wenn wir was auch mittel um aus was aber dadurch dass die einsteuerung weg sind immer kurz in die steuerung springen ducken kommunikation ping ist z stammes ich noch mal das gleiche ausgeräuchert aber was müssen wohnen so ein wachwürdiger hinter uns kommt einer oben durch und toilette und dann rüber kannst du bitte da umgehen der ist oben auf der kiste nach der kiste ist gar nicht mit uns was gekommen natürlich ich habe zwei seiten so und der ist afghan okay cool oder wie komme ich Der leckt nur rum wie scheiße. Wo kann ich mir denn ansehen, was meine Sachen machen? Ich glaube F1 oder so ein Shit. Ah ja. Halten. Noch 10 Sekunden. Der leckt rum wie scheiße. Hört auf den Wind. Er wird euch verraten, wo ihre Jet ist. So. Okay, das war ja schon mal nicht so erfolgreich. Okay, dann schauen wir mal hier, ob erstmal die Wall kommt. Da. Machen wir die erstmal down. Das war ja auch kein hässliches Back da, Alter. Also das war ja eine Abs... Also das ist so eine Hurensohnwaffe, die spiele ich nie wieder. Huanzan sagst du? Ich will mir mal den Orb. Okay, Smoker. Du bist fein geräuchert. Ich gebe Mail rein. Ich glaube, in der Chip-Corner hier. Und jetzt sie verraten. Meine Ultis bereit. Ah. Ich gucke hier auf die Ecke. Kein Verstecken. Wirtschaft aber nicht mehr. Ich gucke doch. Ein Gegner übrig. Knapp. Gut, dass ich da... 0,23. Easy. Wie lange dauert denn das hier immer noch? Weißt du das nicht mehr? Ich weißt das auch nicht mehr. Planten, glaube ich, auch vier Sekunden oder so, ne? Hm, planten, glaube ich, vier Sekunden. Ich hab Ult. Ich ult einfach den kompletten A-Spot und dann gehen wir da drauf. Okay, muss ich ja so nicht smoken oder was? Nö, erstmal noch nicht. Die sehen ja da nichts, glaube ich, wenn die von mir goldet sind. Ich kenne die ganzen Abilities gar nicht mehr. Von den ganzen Alten noch. Genau, aber... Hol sie dir, Leitmeer! Ja, ich hab nicht eingetroffen. Entfinder' euch! Sie werden sich folgen! Rauch ist raus! Rauch im Anmarsch! Oh, die kann ja hinter mir kommen! Das war doch die Rainer! Ein Gegner übrig! Lass den Himmel leuchten! Der ist der Letzte. Haben wir. Easy Game! Stimmt, jetzt haben wir ja direkt schon Schilder, weil der Typ auf K ist. Das ist natürlich gut. Ich würde mal mit A spielen und dann rüber hoppen. Ich mache eine Smoke hier rein, Marvin. Jo. Ist aber kurz verzögert, mache ich den? Jo. Rauch im Anmarsch! Oh, wir denkst. Okay, ich rotier schon mal. Oh, der Mitte hat einer P. Enten B. Mitte kommt. Pass auf, hinter dir, Jan. Oh, da hab ich mich erschrocken. Ja, Marvin sendet einfach Aliens raus. Ja, jetzt hinter dir. Anderes hinter dir? Du hast da kurz hingeguckt gehabt. Das ist schwierig, wenn man die Maps nicht kennt. Bisschen, ja. Nee. Sheriff. Ich geh mal mit B. Das mit offen. Warum solltest du auch noch A kommen? Oh, hier ist viel bei uns. Hier ist schon draußen. Wir haben das Baum bei denen noch. Rauch ist raus. Das ist auch die Sides hier oben. Spike bei A gesichtet. Ich wusste genau, was du vorhast. Was hat die denn gehabt? Ne Marsche, ja. Matchpunkt. 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 Junge Marvin, da sind wir aber auch einfach reingelaufen. So much. Junge. Wir sind schon krasse Spieler. Nicht. Nicht. Machen wir noch mal. Aber jetzt setz ich die tiefer. Rauch im Anmarsch. Jetzt nix an dir, Kuppe! Oh. B. Und Mitte. Nichts da. B schon drauf. Ich geh mit Marvin mit. Was sind das für Bubbles? Hallo, oder? Du und ich. Schön. Okay. Ich bin im 1v1. Hab das 1v1 gewonnen. Das ist ja behindert. Dann kommt man da raus und ist tot. Ihr werdet meine Verbündeten nicht tüten. Doch den Rescue. Letzter lebender Verbündeter. Ja. Ein Gegner übrig. Spike in B. Rauch ist raus. Noch 30 Sekunden. Ich bin einfach gleich tot, wenn die Smoke weg ist. Oh nein! Dann kommt sie gerade auf, wenn ich die nächste Smoke machen will. Ach man. Atmet weiter. Ich will deren Leben nicht all. Also das ist ja komplett behindert. Ich bin da aus dieser... Ich glaube, Ion heißt der. Old rausgekommen. Und dann kann das der Gegner einfach... ...hast äben. Ich hab zwar das Duell gewonnen, aber bin dann halt einfach direkt tot. Das ist ja super dumm. So, ich mach das nochmal einmal in so eine tiefe Smoke und dann reinlaufen. Das ist ja auch im Anmarsch. Er fippen. Mitte ist einer. Kannst du ja den Ort nehmen. Und mit richtig viel. Oh, ich komme. Aus dem Weg. Ich hab einen geholt, aber... Geht dafür. Letzterlebender Verbündeter. Oh! Ich bin da mal low, Maren. Ah! Nächste Nachteil. Nächste Nachteil. Das ist mega geil irgendwie. Junge, du hast übrigens die Aliens. Die schicker Pokémon raus. Ich spiele einfach Pal-Word, Alter. Ja, ich... Robin, du bist im falschen Spiel. Dann hätte ich direkt 10 Euro für den ausgeben sollen. Du musst jetzt erstmal alle durchprobieren. Vielleicht gibt es dir noch einen geileren. Der ist schon ziemlich geil, Ricky. So, mach ich nochmal. Du hast auf jeden Fall den Corona-Haarschnitt. Mit dem Charakter. Und Corona auf dem Kopf auch. Das ist modern, Ricky. Der Marm ist modern. Ach, scheiße. Mitte 2 und vor B2. Ich bin ziemlich fucked. Der Rauch ist raus. Die Bomben? Spike in B. Nein, warum denn gerade, wenn ich das Dings machen will? Easy, okay. Toxic, sorry. Marvin, klatscht das jetzt hier. Also, Bombe ist vor B gewesen. Direkt vor Marm ist gleich. Was? Scheiß Guardian. Bombe 3, kein Problem. Komm mal. Dann piepen sie zusammen. War ein Problem für Marm.